In diesem Vorlesungsvideo widmen wir uns nun der Standardabweichung und dem sogenannten Variationskoeffizient. Was ist das also und wie lässt sich das berechnen? Die Standardabweichung, die löst ein ganz wesentliches Problem, was wir bei der Varianz hatten. Wenn Sie sich zurückerinnern, war die Einheit der Varianz nämlich in quadrierten Einheiten gemessen worden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Euro hatten als Variable, dann war Ihre Einheit Euro zum Quadrat. Und das ist sehr schwierig zu interpretieren. Anstatt uns da mit der Interpretation von der Varianz herumzuschlagen, gehen wir einfach über die Standardabweichung. Die Standardabweichung hat nämlich den wesentlichen Vorteil, dass wir jetzt die gleichen Einheiten wie bei der Variable haben. Und genau wie bei der Varianz auch, gibt es zwei Möglichkeiten, die Standardabweichung zu berechnen. Entweder Ihnen liegt die unkorrigierte Form der Varianz vor und dann gehen Sie diesen Weg. Die Wurzel der unkorrigierten Varianz. Und die formale Abkürzung der Standardabweichung ist einfach Sx. Wenn Sie hingegen die korrigierte Form der Varianz vorliegen haben, gehen Sie diesen Weg und Sie sehen, das ist ganz genau die gleiche Formel bis auf Tilde. Sx² Tilde ist die korrigierte Varianz. Und wenn wir davon die Wurzel ziehen, erhalten wir die korrigierte Standardabweichung. In R ist das auch denkbar einfach. Sie wissen schon, wie Sie die korrigierte Varianz berechnen. Und die korrigierte Standardabweichung, die erhalten Sie nun, indem Sie einfach den Befehl SQRT darum setzen. Sie können das Ganze auch in korrigierter Form machen, indem Sie hier die Funktion SD verwenden und dann schreiben Sie in Klammern einfach Ihre Variable. Füllen wir das jetzt noch einmal mit einem anderen Beispiel. Ganz simpel, wir erstellen uns einen Vektor x und der enthält alle Zahlen von 1 bis 7. Wenn wir jetzt die korrigierte Varianz berechnen wollen, das ist einfach Varianz von Ihrem Vektor. Ich setze das Ganze mal zusätzlich in Klammern, damit uns direkt auch das Ergebnis dazu angegeben wird. Das sind also 4, Periode 6. Und wenn Sie jetzt genauso Ihre korrigierte Standardabweichung berechnen wollen, dann ist das einfach SD von x oder Äquivalent SQRT von KV. Sollte beides auf das gleiche Ergebnis kommen, Sie sehen, das ist der Fall. Wenn wir jetzt aber nur die korrigierte Varianz gegeben haben und damit dann unsere unkorrigierte Standardabweichung bzw. Varianz berechnen wollen, dann können wir das einfach machen für die Varianz, indem wir KV nehmen und das multiplizieren mit dem umgedrehten Korrekturfaktor. Wir müssen natürlich jetzt auch erstmal n definieren. n ist nämlich längs von unserem Vektor. Und wenn Sie jetzt hier dem umgekehrten Korrekturfaktor hinzufügen, n-1 dividiert durch n, dann sollten Sie auf eine Varianz kommen von 4. Wir können das mal überprüfen. Sie erinnern sich vielleicht mit dem Verschiebungssatz. Wir berechnen die Varianz in der unkorrigierten Form, indem wir den Mittelwert der quadrierten x-Werte nehmen und davon den Mittelwert der x-Werte zum Quadrat abziehen. Und wenn wir das nun ausführen, sehen Sie, das ist also auch 4. Also haben wir mit der Formel alles richtig gemacht. Also was haben Sie hier bis jetzt gemacht? Sie haben einen Vektor erstellt. Sie haben hier die korrigierte Variante berechnet. Die Größe. Und hier die unkorrigierte. Das heißt, jetzt können Sie dann auch einfach wieder die Wurzel ziehen. Sqrt von v. Aber Sie können sich das Ganze auch noch einfacher machen. Wenn Sie nämlich die korrigierte Varianz gegeben haben, dann ist das einfach Sqrt von kv. mal und hier ist jetzt ganz wichtig, wenn Sie jetzt diesen Korrekturfaktor berücksichtigen und das, um eben Ihre Standardabweichung direkt zu berechnen, dann müssen Sie hier natürlich auch mit der Wurzel dieses Faktors multiplizieren. Also mal Sqrt von n-1 dividiert durch n. Und Sie sehen, da kommen Sie dann auch direkt auf 2. Also das ist das gleiche wie Sd von x mal der Wurzel des umgedrehten Korrekturfaktors. Gehen wir zurück zum Vorlesungsskript. Sie wissen also jetzt, wie Sie das Ganze in R lösen. Wir haben das für verschiedene Varianten durchgerechnet. Und jetzt wollen wir das mit einer anderen Größe, die Ihnen bereits bekannt ist, vergleichen, nämlich der mittleren absoluten Abweichung. Ich schreibe Ihnen jetzt nochmal zunächst beide Formeln oben hin, einfach damit Sie einen besseren Überblick haben. Also wir haben zunächst die Standardabweichung Sx, das ist gleich die Wurzel von, wir nehmen jetzt einfach die unkorrigierte Standardabweichung, und das ist dann die Wurzel von 1 durch n mal die Summe von j gleich 1 bis n xj minus x² und das Ganze zum Quadrat. Und die unkorrigierte Standardabweichung, die vergleichen wir nun mit unserer mittleren absoluten Abweichung. Und dafür die Formel, da schauen Sie auch einfach nochmal in die Formelsammlung, das ist 1 durch n mal die Summe von j gleich 1 bis n. Und dann haben Sie hier in Betragsstrichen xj minus x² stehen. Wenn Sie sich diese beiden Größen anschauen, diese beiden Berechnungen anschauen, sehen Sie zunächst einmal, dass ein wesentlicher Vorteil beider Maße ist, dass wir bei beiden die Originaleinheiten uns ansehen. Also beides wird in Originaleinheiten gemessen. Da kommt nachher ein Wert heraus, den wir wirklich auch interpretieren können. Und beide messen eine typische Abweichung vom arithmetischen Mittel x². Wenn Sie jetzt näher die Formeln betrachten, dann sehen Sie, dass Sie bei der Standardabweichung über die Varianz gehen. Und bei der Varianz, da haben Sie hier eben quadrierte Größen. Das heißt, hier ist dann immer die Abweichung und die Abweichung wird quadriert. Dann bilden Sie die Summe über alle quadrierten Abweichungen und teilen das Ganze durch n und ziehen davon dann die Wurzel. Bei der mittleren absoluten Abweichung bilden Sie auch wieder die Abweichung, nehmen aber den Betrag davon und bilden die Summe über diese Beträge der Abweichung und teilen dann durch n. Das heißt, wenn Sie die beiden vergleichen, dann sehen Sie, die Standardabweichung ist immer größer oder gleich der mittleren absoluten Abweichung. Einfach aufgrund der Tatsache, dass dieses Quadrat in der Varianzformel mit drin ist, reagiert die Standardabweichung viel empfindlicher auf große Abweichungen. Weil wir diesen großen Abweichungen eben ein viel größeres Gewicht geben im Vergleich zur mittleren absoluten Abweichung, wo wir nur den Betrag davon nehmen. Ein anderes Beispiel. Sie haben hier zwei Variablen gegeben. x hat die Werte, die hier auf dieser Gerade abgetragen sind, angenommen, das sind 1,5. Das, was hier steht, hier x2, das sind 2 und so weiter. Und wir haben zusätzlich auch y gegeben und y hat auch alle Werte in diesem Wertebereich angenommen, die hier durch die Punkte markiert sind. Also y ist genau 1, 2, 3, 4 und 5. Wenn wir jetzt damit unser x-quer berechnen wollen oder unser y-quer, das machen Sie, indem Sie alle Werte aufeinander addieren und dann teilen Sie diese Summen jeweils durch die Anzahl der Elemente Ihrer Stichprobe, also durch 5 und da sollten Sie im Idealfall auf das gleiche Ergebnis kommen, wie wir es hier abgetragen haben. Also Sie sehen, obwohl wir unterschiedliche Beobachtungen haben, liegt der Mittelwert beider Variablen bei 3. So, und das benötigen wir nun, um die mittlere absolute Abweichung für beide zu berechnen. An dieser Stelle berechnen wir jetzt also die absolute Abweichung der x von Ihrem x-quer, das wir gerade berechnet haben, die 3, und das ist 1,5 minus 3, also minus 1,5, aber weil wir Betragsstriche gesetzt haben, 1,5 und so weiter. Und hier äquivalent für yj minus y-quer in Betragsstrichen, also das ist 1 minus 3, also minus 2 in Betragsstrichen 2 und so weiter. Und wenn Sie jetzt hier die mittlere absolute Abweichung berechnen, also diese ganze Zeile jeweils aufsummieren, in Klammern setzen und dann durch 5 jeweils teilen, dann sollten Sie hier auf einen Wert von 1,2 für beides kommen. So, und an der letzten Stelle, da wollen wir jetzt unsere Standardabweichung und zwar über die Varianz berechnen. Das heißt, hier schauen wir jetzt uns zunächst die quadrierten Abweichungen an. Im Grunde können Sie einfach die Größen aus der Zeile darüber nehmen, also 1,5 zum Quadrat, 1 zum Quadrat, 0,5 zum Quadrat und so weiter, beziehungsweise für y, da nehmen Sie dann einfach die 2 zum Quadrat, 1 zum Quadrat und so weiter. Und wenn Sie die aufaddieren und durch 5 teilen, dann kommen Sie auf Ihre unkorrigierte Varianz für x, das sind 1,7 und Ihre unkorrigierte Varianz für y, das sind 2,0. Das sind schon unterschiedliche Werte und wenn Sie jetzt davon die Wurzel ziehen, dann können Sie sich denken, da kommt auch was Unterschiedliches raus, nämlich 1,3 und 1,41. Sie sehen also, sowohl Ihr Sx ist größer als Ihre mittlere absolute Abweichung von x und auch Ihr Sx ist größer als die mittlere absolute Abweichung. Und woran liegt das? Nun ja, das ist genau das, was wir eben besprochen haben. Wir haben eben gesagt, die Standardabweichung ist größer gleich die mittlere absolute Abweichung. Hier ist sie in beiden Fällen größer und sie reagiert empfindlicher auf große Abweichungen. Bei beiden, da war das arithmetische Mittel, hier bei 3. Schauen Sie sich die Werte genauer an. Und dann sehen Sie natürlich, dass diese Werte insgesamt deutlich näher im arithmetischen Mittel liegen, als das hier für diese Werte der Fall ist. Und deswegen ist die Standardabweichung von x auch kleiner als die Standardabweichung von y. Trotz allem ist sie größer als die mittlere absolute Abweichung, weil wir eben diese Abweichung insgesamt stärker gewichten durch die Quadrierung. Ich habe am Anfang des Kapitels gesagt, heute geht es um Standardabweichung und um den Variationskoeffizient. Und deswegen machen wir jetzt direkt weiter. Was ist also unser Variationskoeffizient? Wenn Sie jetzt sich mal wieder alle bisherigen Streuungsmaße vor Augen führen, dann sollte Ihnen auffallen, dass wir entweder die quadrierten Einheiten oder die Einheiten unserer Originalvariablen betrachtet haben. Das Problem, was wir nun haben, ist, dass wenn wir das über verschiedene Variablen miteinander vergleichen wollen, dass das unheimlich schwer zu interpretieren ist. Wir wissen nicht, ist das jetzt viel oder ist das wenig? Das heißt, wir bräuchten jetzt also ein Streuungsmaß, das diese irgendwie in ein Verhältnis setzt, sodass ein Vergleich über verschiedene Variablen, verschiedene Verteilungen möglich ist. Und das ist dann natürlich unser Variationskoeffizient. Ein relatives Streuungsmaß. Wir setzen jetzt also unsere Streuung in ein Verhältnis zu irgendwas und dieses irgendwas, das ist der Betrag Ihres arithmetischen Mittels. Also den Variationskoeffizienten können Sie ganz einfach jetzt hier berechnen, indem Sie Sx, Ihre unkorrigierte Standardabweichung, nehmen und durch den Absolutwert Ihres arithmetischen Mittels teilen. Äquivalent funktioniert das natürlich auch für die korrigierte Standardabweichung Sx-Tilde dividiert durch x-Quer in Betragsstrichen. Auch da erhalten Sie dann einen Variationskoeffizienten. Und der Variationskoeffizient wird formal immer mit Vk von x abgekürzt. Vielleicht hierzu nochmal ein ganz simples Beispiel, damit Sie nie mehr vergessen, wofür der Variationskoeffizient nötig ist und warum das so ein gutes Maß ist. Die uns interessierende Eigenschaft, das ist nun im Folgenden die Körpergröße. Und die Standardabweichung, die wir dafür berechnet haben, ist x ungefähr 2 cm. Jetzt haben Sie nur diese Größe und müssen jetzt sagen, ist das viel oder ist das wenig? Dann denken Sie vielleicht im ersten Moment an einen Menschen und für einen Menschen sind 2 cm in der Körpergröße jetzt nicht viel. Wenn Sie hingegen eine Giraffe betrachten, da sind 2 cm noch weniger, noch unbedeutender als für uns Menschen. Betrachten wir aber stattdessen die Körpergröße von Kaninchen, dann sind 2 cm schon deutlich mehr. Sie sehen also, allein durch die Standardabweichung können wir eigentlich nichts darüber sagen, ob das viel oder wenig ist. Wenn wir das Ganze jetzt aber in Verhältnis zu unserem arithmetischen Mittel setzen, da halten wir dann ein relatives Streuungsmaß und dann können wir sagen, ist das viel oder ist das wenig? Gehen wir jetzt über zu einem wirtschaftswissenschaftlichen Beispiel. Hier geht es jetzt um Umsätze und die sind gemessen in 1000 Euro. Und Sie haben hier einmal die Daimler AG gegeben und dann haben Sie die Pizza Fantastico Bild gegeben. Sie kennen jeweils die Standardabweichung und das arithmetische Mittel. Und nachdem wir das jetzt gerade so ausführlich besprochen haben, sollte das für Sie jetzt kein Problem sein, das Video kurz zu stoppen und die Variationskoeffizienten in der beiden auszurechnen. Sie wissen, die Formel ist einfach Sx dividiert durch x² im Betrag. Sie haben hier die 10 Millionen genommen und die durch 100 Millionen dividiert. Da kommen Sie auf einen Wert von 0,1 für Ihren Variationskoeffizient. Als nächstes haben Sie dann auch Ihre Standardabweichung genommen, 50 durch den Betrag Ihres arithmetischen Mittels. Und das können Sie auch im Kopf, das sind 0,5. Und wenn Sie jetzt hier die Ergebnisse anschauen, dann sehen Sie, obwohl die Standardabweichung der Daimler AG deutlich größer ist als die von Pizza Fantastico Bilk, ist die relative Streuung deutlich geringer als die unserer Pizzeria in Bilk. Machen wir noch ein Beispiel dazu. Und zwar geht es jetzt um die Einkommensstreuung in US-Dollar. Und die beiden Länder, die wir betrachten, das sind Deutschland und Chile. Sie haben wieder Standardabweichung und arithmetisches Mittel gegeben. Und Ihre Aufgabe besteht nun wieder darin, den Variationskoeffizienten zu berechnen. Stoppen Sie wieder kurz das Video und kommen Sie hier zu einem Ergebnis. Gleiches vorgehen wir eben. Das ist unser Sx, das ist unser x². Der Variationskoeffizient Vkx berechnet sich als Sx, dividiert durch den absoluten Betrag von Ihrem arithmetischen Mittel. Und da kommen Sie hier auf Werte für Deutschland von 0,8 und für Chile von 1,32. Und auch hier sehen Sie jetzt wieder, obwohl die Standardabweichung für Deutschland größer ist als die von Chile, dass der Variationskoeffizient von Deutschland geringer ist. Was haben Sie also in diesem Vorlesungsvideo gelernt? Wir haben über die Standardabweichung gesprochen. Sie wissen nun, wie Sie die unkorrigierte bzw. die korrigierte Standardabweichung berechnen können. Sie wissen, dass die Standardabweichung ein wesentliches Problem der Varianz löst, nämlich, dass wir die quadrierten Einheiten nun wieder so normieren, dass wir die Einheiten unserer Originalvariablen vorliegen haben und daher dieses Streuungsmaß besser interpretieren können. als das der Varianz. Zudem haben Sie gelernt, wie Sie das Ganze in R umsetzen können. Und Sie haben Standardabweichung und mittlere absolute Abweichung miteinander verglichen. Im zweiten Teil unseres Videos haben wir uns dann mit dem Variationskoeffizienten beschäftigt, dem ersten relativen Streuungsmaß, das Sie hier kennengelernt haben. Wenn Sie dieses Video nun beenden, denken Sie wieder kurz darüber nach, welches Skalenniveau gegeben sein muss, um Variationskoeffizienten und Standardabweichung sinnvoll berechnen zu können. Und für welche Merkmalstypen das überhaupt Sinn macht?